Wenn sich uninformierte Skeptiker zu den Wundern Jesu im Neuen Testament äußern, klingt das häufig so. Und das habe ich im O-Ton schon oftmals so gehört. Ja, beim Jesus ist das ja so, die haben dann Jahrzehnte oder Jahrhunderte später mal Berichte verfasst. Na ja, und im ersten Bericht wird Jesus schon als Wundertäter dargestellt, doch da sind es noch ganz wenige. Und dann kamen nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes und dann steigert sich die Anzahl der Wunder immer weiter und es wird immer massiver. Die Wunder werden immer wunderbarer, wundersamer in Anführungszeichen. Und letzten Endes hat man das Bild, dass Markus von den wenigsten Wundern berichtet. Also die erste Quelle kennt noch wenige Wunder und die letzte Quelle, das Johannes-Evangelium, ist ja dann ganz wunderbar und hat mit der Realität ja schon überhaupt mal gar nichts zu tun. Zunächst einmal möchte man meinen, dass Skeptiker ja sich dann wirklich mit diesen Berichten auseinandergesetzt haben, wenn sie zu solch einer Schlussfolgerung kommen. Denn dann müssten sie es ja wissen, dass die Berichte tatsächlich Jesu Leben immer weiter und immer massiver ausgeschmückt haben. Doch stimmt die Geschichte mit der Ausschmückung überhaupt? Und wenn man das Ganze einer kritischen Analyse, auch einer historisch-kritischen Analyse, einer exegetischen Analyse, einfach mal einer Überprüfung stellt, muss die Antwort ganz klar, glasklar lauten, ja? Nein, das ist purer Schwachsinn. Das ist so oft genannt und geäußert worden von Skeptikern, das ist eines der Lieblingsargumente der Skeptiker, ist aber purster Schwachsinn. Zunächst einmal kann von einer späteren Ausschmückung des Lebens Jesu schon mal gleich gar keine Rede sein. Denn wir haben von Jesus von Nazareth so viele historische, frühe historische Dokumente wie von kaum einer anderen antiken Person. Denn was oftmals außer Acht gelassen wird, ist, dass es außer den Evangelien noch die Paulusbriefe gibt. Paulus stellt Jesus ganz klar in Relation zu historischen Personen wie Mose. Und ein Pharisäer wie Paulus muss Mose als historische Person betrachtet haben, ja? Er erwähnt den Herrenbruder Jakobus als Verwandten Jesu und er stellt auch klar, dass Jesus von den Juden in Judäa hingerichtet worden ist. Dass er begraben wurde, dass er gekreuzigt wurde, ja? 1. Korinther 15, Römer 6, 4, ja? Dass also etwas in der historischen, realen Welt mit ihm geschehen ist, ja? Und der Kreuzestod Jesu, der bereits in den Paulusbriefen im Zentrum steht und danach die wunderbare Auferstehung, ja, das ergänzt sich eben, ja? Das ist miteinander verschränkt und das eine, also die Auferstehung hebt die Kreuzigung auf, ja? Denn viele Messiasse, falsche Messiasse wurden dann hingerichtet und gekreuzigt und die Leute haben sich dann zerstreut. Wir wissen nur aus kleinsten Randnotizen von diesen gescheiterten Messiasen und ihren zerstreuten Bewegungen. Was wir aber ganz sicher wissen können ist, dass es bei Jesus eben nicht so war. Denn die Apostel, ja, die haben sich zunächst zerstreut wie bei jedem anderen Messias auch. Dachten, okay, jetzt ist es vorbei, unser Messias ist gescheitert. Dann kamen sie aber plötzlich wieder zurück. Naja, und dann proklamieren sie, dass die historischen Fakten Jesu Kreuzestod mit dem historischen Faktum des leeren Grabes aufgehoben wurden. Die Passionsgeschichte, ja? Die wird in ihren Grundfakten quasi bestätigt, ja? Und die Evangelien, was die Evangelien über Jesus bestätigen, das wird in außerbiblischen Quellen bestätigt. Jesus war ein Wanderprediger im Israel des ersten Jahrhunderts und er hat Wunder getan. Er hat nicht nur also die Botschaft des Reichs Gottes gebracht, sondern er hat zu allem Überfluss auch noch diese mit Wundern bestätigt. All das finden wir im Testimonium Flavianum des Flavius Josephus. Zwar wird diese Passage oftmals von als Christen überarbeitet betrachtet, ja? Also von als von Christen überarbeitet betrachtet, aber es, wie wir bereits in einer genaueren Analyse auch in unserer Reihe, Sendereihe, Jesus-Mythos-Theorie widerlegt, festzustellen mussten und auch bei der Quellenlage zu Jesus, die wir ja betrachtet und analysiert haben. Naja, was haben wir da festgestellt? Haben wir nichts anderes festgestellt, als dass wir es mit einer im Kern authentischen Passage zu tun haben, ja? Und neben den ganzen christlichen Einschüben haben wir eben eindeutig authentische Textfragmente, aus denen sich ein sinnvoller Josephus-Text, ja, der im Stil Josephinisch ist, zusammenstellen lässt, ja? Und da kommt Jesus ebenfalls eben als Wanderprediger vor, der Wunder getan hat, wie es auch im babylonischen Talmud und bei Zelsus sogar bestätigt wird, wie es bei Justin dem Märtyrer und späteren Kirchenväterschriften sogar in Relation von offiziellen Archiven, im Fall von Justin, im römischen Senat bestätigt wird. Und wir haben eben auch das Faktum, auch bei Cornelius Tacitus, dass Jesus von Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilt und unter seinem Präfektentum hingerichtet wurde, ja? Und dann haben wir diese historischen Fakten. Wir haben die Tatsache, dass das Grab leer gefunden wurde und dass Jesus quasi fleischlich quasi aus dem Grab auferweckt wurde, ja? 1. Korinther 15, 3-8. Wir haben die Tatsache seiner Erscheinungen. 1. Korinther 15, 3-8, wo Paulus ja bereits in den 50er Jahren einen Brief schreibt, wo er dann wiederum eine viel ältere Tradition aus den 30er Jahren schon zitiert, die in der Jerusalemer Urgemeinde zirkulierte. Dann haben wir noch die ganze Geschichte mit, ja, dass auch seine Grablegung historisch ist. Christen würden ja nicht Josef von Arimathea, ein Mitglied des Sanhedriden, mit dem sie später noch Probleme bekamen, auch noch erfinden, als demjenigen, der dann das Grab Jesu, dies das Grabmal Jesu vorbereitet. Wir haben den Fund der Städte Golgotha und der Stelle, an der Jesus gekreuzigt wurde, ja, in Jerusalem gefunden bei der Grabeskirche. Wir haben das Faktum des Begräbnisses Römer 6, 4, 1. Korinther 15, 3-8. Und wir haben halt eben auch die Tatsache, die historische Tatsache dokumentiert und aufgezeichnet, dass die frühen Christen von Anfang an glaubten, dass dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Römer 8, 11. Ja, und dann haben wir in den neutestamentlichen Evangelien und Markus, der wird immer um 70 angesiedelt, ist aber mit Sicherheit vor 70 entstanden, weil zum Beispiel auch beim Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte werden oftmals Menschen quasi Prophezeiungen, Menschen quasi zitiert, wie sie Prophezeiungen geben. Und dann im Nachhinein wird direkt gesagt, ja, dass wann sich diese Prophezeiung erfüllt hat in den Evangelien ist das nicht so, ja. Und das Lukas-Evangelium hat zwar Jesus sagen lassen, ja, irgendwann wird der Tempel zerstört werden, das war aber eine bekannte Prophetie innerhalb des Judentums und es kommt auch nicht der Hinweis darauf, dass dies jemals passiert wäre, ja. Und es gibt auch keinerlei Informationen in der Apostelgeschichte oder in den neutestamentlichen Evangelien darüber, die uns irgendetwas sagen über die Zeit nach 70, so dass man mit gutem Gewissen die neutestamentlichen Evangelien früher datieren darf. Ich hatte das ja bereits ausgeführt, auch warum das Markus-Evangelium von einem Dolmetscher des Apostels Petrus stammt, warum Matthäus und Johannes von jeweils den Aposteln Matthäus und Johannes stammen und warum das Lukas-Evangelium von einem Arzt und Historiker geschrieben wurde, der Lukas hieß und Paulus in seinen, also in den Briefen des Apostels Paulus als dessen Begleiter erscheint, ja, der kein Jude war, sondern ein Heidenchrist, ja, und daher auch nicht besonders qualifiziert, um ihm dann letzten Endes im Nachhinein noch eine solche Rolle zuzuschreiben, ja. Auch Markus-Evangelium, dem Johannes Markus das zuzuschreiben, obwohl er Paulus mitten in seiner, in seiner, ja, in seiner, in seiner Reise verlassen hat, ja, das ist halt auch schwierig irgendwie, irgendwie glaubhaft plausibel zu machen, dass die Urkirche dann unbedingt, ähm, diesem Apostel, also diesem Menschen das zuschreiben wollte, anstatt einem anderen Apostel wie Philippus oder gar der Jungfrau Maria, die ja als Mutter ganz nah dran war, oder dem Apostel Paulus oder dem Apostel Petrus direkt, ja. Das findet man alles in späteren Apokryphen, aber nicht in der kirchlichen Tradition, nicht bei den neutestamentlichen Evangelien. Was kann man jetzt, äh, noch sagen? Dass das Ganze legendarisch grundsätzlich ausgeschmückt ist, ist ja ebenfalls Schwachsinn, ja. Denn die Evangelien sind nicht nur in dieser Gattung geschrieben, sie erfüllen diese Gattung auch, und zwar die Gattung, da sind sich heute die meisten, äh, äh, die meisten Gelehrten einig, ja, das ist halt die Gattung, äh, eines, einer historischen Biografie über eine Person, ja. Also da wollte jemand historische Fakten zusammentragen, ja. Lukas, siehe Lukas Prolog, Lukas 1, siehe, äh, Johannes Kapitel 19 und Kapitel 20, ja. Johannes 19, 35 zum Beispiel, wo es ja wirklich heißt, ja, ein Zeuge hat das Ganze verfasst, wo wir auch dann letzten Endes sagen müssen, da finden wir auch Zeugendetails in den Evangelien, wir finden aber auch, äh, peinliche Details, ja, die dem Verlegenheitskriterium unterworfen sind, wie zum Beispiel, die Apostel glauben Jesus nicht, die Apostel scheitern an einem Wunder, ähm, die Apostel, äh, äh, werden als Feiglinge dargestellt, Jesus selbst, äh, wird als Fresser, Weinsäufer und sogar mal als Besessener beleidigt, ja. Wir finden sogar die Tatsache, dass die eigene Familie Jesu ihn für verrückt hält, ja. All das sind halt Dinge, die man schwerlich in einen Bericht geschrieben hätte, der einzig und allein darauf aus ist, Jesu Leben vollkommen legendarisch, herrlich auszuschmücken. Naja, und was haben wir dann noch? Wir haben im Markus-Evangelium Aramaismen. Und Aramaismen, also aramäische Begriffe und Ausdrücke, sind immer ein gutes Indiz für das Alter, für das hohe Alter einer Tradition. Denn was wir wissen ist, dass Johannes Markus definitiv Material und Stoff sammelte, ja. Und diese Traditionen, die er dort gesammelt hat, ja, das finden wir auch in der Passionsgeschichte. Alle vier neutestamentlichen Evangelien haben im Kern die gleiche Passionsgeschichte. In Details variiert sie. Das bedeutet, das sind verschiedene alte Traditionen, die bis in die Jerusalemer Urgemeinde der 30er Jahre zurückreicht, wie wir ja auch sehen, wenn wir, ähm, dem, der Erkenntnis folgen, dass Paulus ein uraltes Jerusalemer Urgemeinde-Glaubensbekenntnis zitiert, schon in den 50ern in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 3 bis 8, ja. Und dann noch anfügt, ja, wie es in der Apostelgeschichte auch steht, dass er dann selbst eine Erscheinung hatte, die ihn dann quasi vom Christenverfolger zum Christen und zum Apostel machte. Und was man definitiv auch sagen kann und auch sagen muss ist, dass nun bei Markus immer wieder philologisch korrekt, grammatikalisch korrekt Satzbauteile des aramäischen Vorkommen, wie zum Beispiel bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, Talitha Kum, ja. Der Begriff wird vollkommen richtig philologisch wiedergegeben, wird richtig übersetzt. Und wir haben das Phänomen, dass das Ganze dann eben eine Begebenheit ist, die Markus eben aufzeichnet, das bedeutet, es muss eine frühe Tradition gewesen sein, denn ansonsten hätte er nicht mehr über die aramäischen Urworte verfügt, ja. Denn wir wissen ja, die Lingua Franka war griechisch, daher haben selbst Juden wie Flavius Josephus ihre Werke auf griechisch verfasst. Griechisch gewann immer mehr an Einfluss, ja. Und wenn dann noch aramäische Satzbauteile und Fragmente, wie zum Beispiel in den Paulusbriefen, auch direkt in diesem alten Glaubensbekenntnis, ja, von 1. Korinther 15, 3-8 gefunden werden können und auch in den Geschichten des Markus, und da bleibt es nicht bei dem Bericht über die Auferweckung der Tochter des Jairus durch Jesus, da gibt es noch viele andere Beispiele, denn es gibt mehrere Aramaismen im Bericht des Markus, ja, des Markus-Evangeliums, was eben auch das hohe Alter der Tradition schließen lässt. Und all das sind Berichte, die im ersten Jahrhundert fertiggestellt wurden. Markus vor 70, ganz sicher die Evangelien, also vor 70, die Apostelgeschichte vor 70, das sind alles also frühe Berichte, ja, und dann noch die Paulusbriefe, ja, das sind 20 Jahre, ja, wir kommen so nah, und dann haben wir noch vom Apostel Paulus, vom Apostel Paulus dieses Glaubensbekenntnis der Jerusalemer Urgemeinde, das in die 30er zurückreicht. Wir haben in den neutestamentlichen Evangelien vor allem bei Markus diese alten Aramaismen, diese aramäische Satzbauteile, also diese uralten Traditionen, ja, das bedeutet, wir kommen bei diesen Quellen an den historischen Jesus so nah ran, dass wir sagen müssen, diese Quellen sind früh, diese Quellen sind historisch zuverlässig, sie haben Zugang zu Augenzeugentraditionen, und sie sind eben so historisch zuverlässig, dass man sagen muss, ja, da wird nicht nur ein beschönigender Bericht überwuchert von Legenden wiedergegeben, sondern hier haben wir es mit frühen Traditionen zu tun, die eben noch nicht, und ich betone noch nicht, irgendwie überwuchert werden konnten von legendarischem Stoff, da die Quellen hierfür viel zu früh sind. Naja, und jetzt noch, bei all diesen Betrachtungen, die man im Hintergrund, im Hinterkopf behalten muss, ist es ja schon mal sehr zweifelhaft, und das Kartenhaus dieser ganzen Behauptung, Jesu Leben würde von dem Neuen Testament, ja, mit Legenden überwuchert und heillos überdramatisiert und legendarisch überbewertet und gestaltet, das bröckelt jetzt mindestens schon, ja, wenn man ehrlich das Ganze analysiert, dann muss man sagen, ja, ist ziemlicher Schwachsinn. Doch jetzt stürzt das Kartenhaus endgültig zusammen. Denn jetzt schauen wir uns einfach mal den Befund der neutestamentlichen Evangelien selbst an. Im Neuen Testament gibt es 37 Berichte von Wundern, die von Jesus getan wurden. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass der Apostel Paulus selbst Wunder tat. Das finden wir nicht nur in dem frühen Zeugnis der Apostelgeschichte, die auch vor 70 zu datieren ist, sondern wir finden es auch schon bei den Briefen des Apostels Paulus, bei seinen alten Briefen, ja, Römer 15, 19 vor der Römergemeinde, 2. Korinther 12, 12, ja, wo er wieder, wo er sein Apostolat verteidigt, vor Skeptikern teilweise, ja, und die dann daran erinnert, er hat Wunder getan. Das würde er niemals tun, wenn er es nicht tatsächlich gemacht hätte. Und so konnte er sein Apostolat verteidigen, weil er Wunder tat. Hebräer 2, 2 bis 4, der Hebräerbrief, Ende des ersten Jahrhunderts, bestätigt definitiv und zuverlässig, was, naja, dass in der Urkirche Gott den Stempel auf die Urkirche, auf das Christentum, auf das Evangelium gedrückt hat, durch Wunder, die aufgetreten sind, ja. Und das ist von den frühesten, frühchristlichen Dokumenten bezeugt. Auch vom Markus-Evangelium und seinen frühen Traditionen, deren Alter wir anhand an den Aramaismen schon richtig abschätzen können. So, und jetzt, nochmal, 37 Wunder gibt es, berichtet, ja, es ist also 37 Wundergeschehnisse, die Jesus zugeschrieben werden, ja. Es gibt viele gemeinsame Stoffe bei den Synoptikern und auch Stoffe, die das Johannes-Evangelium enthält. Es gibt aber auch, und jetzt wird es wichtig, ja, Traditionen, die zum Beispiel nur im Johannes-Evangelium vorkommen oder nur in einem Evangelium oder nur in zwei oder nur in drei, ja, also auch immer Sondergut, ja, also Sondergut, ja. Und wir haben auch dieses Sondergut der Logienquelle, also Traditionssammlungen, Wörtersammlungen vom Aramäischen, die wieder sehr alt sind. Also wir haben Zugriff auf diese alten Traditionen. So, und diese 37 Wunderberichte im Neuen Testament, ja. Da gibt es Berichte über folgende Wunder. Jesus verwandelt Wasser zu Wein, ja, bei der, äh, Hochzeit in Canaan, ja. Jesus heilt in, äh, Kapernaum, ja, den Sohn eines Offiziers. Dann, ähm, Jesus, ähm, hat einem Mann in Kapernaum einen bösen Geist ausgetrieben. Jesus heilt, äh, Petrus' Schwiegermutter, ja. Jesus, äh, heilt viele Kranke und Unterdrückte an einem Abend, ja. Wir haben, ähm, den wunderbaren Fischfang. Wir haben, äh, die Heilung eines Leprakranken, ja. Wir haben, ähm, einen Diener, den Diener eines Zenturios, eines Zenturios, der behindert ist in Capernaum und der eben von Jesus geheilt wird. Ähm, ja, Jesus heilt jemanden, der, äh, einen Paralytiker. Jesus heilt, ähm, einen Mann mit einer behinderten Hand. Jesus, ähm, ja, hat den Sohn einer Witwe von den Toten auferweckt in Nain. Und, ja, Jesus hat den Sturm beruhigt. Jesus hat, ähm, in eine Herde von Schweinen einen Dämon von einem Mann dahin ausgetrieben. Jesus heilt eine Frau, ja, ähm, eine blutflüssige Frau, ja, in einer großen Menge von Menschen. Jesus erweckt, äh, von den Toten auf, ähm, die, äh, Tochter des Jairus. Jesus heilt zwei blinde Männer. Jesus heilt einen Mann, der nicht sprechen konnte, er ist ein Stummen. Jesus heilt, ähm, einen Invaliden, in Bethsaida. Jesus, äh, speist die 5000. Jesus geht auf dem Wasser. Jesus, äh, heilt viele Kranke am See Genezareth. Jesus heilt eine, äh, 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 Heidenfrau von, ähm, ja, also, heilt die Tochter einer Heidenfrau, ja, die besessen ist wieder. Ähm, ja, einen Tauben, äh, einen Taubenmann, einen Taubenmann heilt er. Er füttert 4000. Ähm, ähm, er, ja, er heilt einen blinden in Bethsaida. Er heilt einen blindgeborenen, ja, er heilt dann auch zum Beispiel einen Jungen mit einem unreinen Geist. Er heilt, ähm, ja, also er hat diese, diese wundersame, äh, äh, Tempelsteuer, ja, in, äh, eines Fisches Mund, äh, gebracht. Er hat, ähm, einen Blinden, ähm, einen, einen, äh, äh, stummen, äh, dem, also, der von Dämonen Besessenen geheilt. Dann Jesus hat eine Frau geheilt, ja, die seit 18 Jahren verkrüppelt war. Ähm, ja, und, äh, Jesus heilt einen Mann am Sabbat. Jesus, äh, hat, äh, zehn Leprakranke, äh, geheilt. Äh, Lazarus hat er von den Toten auferweckt, ähm, hat dem Bartimaeus in Jericho sein Augenlicht zurückgegeben und hat den Feigenbaum verflucht. Er hat wiederum einen, ähm, einen, einem, ja, der, als der Petrus quasi dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat, im Lukas-Evangelium hat er das dann eben ihm wiedergegeben und dann beim See des Tiberius, also beim, äh, See Genezareth, ähm, hat Jesus, ähm, wieder einen wunderbaren Fischfang bewirkt. Das sind die 37 Wunder, die Jesus im Neuen Testament zugeschrieben werden. Jetzt muss man eines festhalten. Wir haben zahlreiche Wunder, wo dann auch gesagt wird, ähm, ja, der, 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 dass, dass im Namen Jesu haben bereits andere quasi versucht zu heilen. Dann haben wir Traditionen, die nicht christlich sind, weil zum Beispiel, ähm, dann auf Jesu Reaktionen einmal tut Jesus überhaupt kein Wunder vor einer großen Menschenmenge. Ja, das ist auch wieder etwas, was man nicht erfinden würde. Dann wieder so etwas wie, ähm, naja, da haben wir diese Geschichte oder diesen Bericht, wo dann letzten Endes eines, äh, passiert. Da, äh, wird dann Jesus nämlich als Zauberer, als Magier und als Besessener dargestellt. Also die Leute fallen ihm nicht gleich zu Füßen, ja. Ja, der Petrus, der geht zum Beispiel unter, als er auf dem Wasser, ähm, geht und, äh, Jesus muss ihn retten, ja. Das sind alles so Traditionen, die man sich halt schwerlich ausdenken würde, ja. Das muss man ja schon mal definitiv sagen, ja. Und, ähm, genau, eine Sache, die auch noch wichtig ist, wenn wir uns zu den Wundern Jesu, äh, äh, im Neuen Testament eben analysieren, bereits in der hypothetisch angenommenen frühen Logienquelle, die sonst kaum von Wundern berichtet, äh, da realisiert sich Gottes Herrschaft bereits in den Exorzismen, Matthäus 12, 28 und Lukas 11, 20, muss also auf den historischen Jesus zurückgeführt werden, ja. Ähm, dann muss auch ganz klar eines festgehalten werden, ähm, in Judäa, wo man nichts von Jesu Herkunft wusste, lösten solche Exorzismen zum Beispiel Gerüchte aus, wo nachher der wiedergeborene Elia sei, Markus 8, 26, äh, Markus 8, 28, Entschuldigung. Das ist aber auch keine von Christen erfundene Tradition, da für sie nicht Jesus, sondern Johannes der Teufel, der wiedergeborene Prophet, der Endzeit war, Markus 9, 13, Matthäus 11, 14, ja. Und, ähm, die Wunder Jesu haben schon Jesu Zeitgenossen beeindruckt und wurden nicht nur von Jesu Anhängern also quasi auch überliefert, ja. Und manche haben im Namen Jesu schon damals geheilt, das wird in der Bibel auch berichtet, ja. Mit den ganzen, äh, Verlegenheitskriterien, dass Jesus nicht, äh, nicht immer angenommen, sondern auch oft zurückgewiesen und angegriffen wird, äh, muss man sagen, die Evangelien berichten also offensichtlich sehr zuverlässig von den Wundern. So, und jetzt bricht das Kartenhaus endgültig ein, denn jetzt schauen wir uns einfach mal die so beliebte Behauptung von Atheisten und Skeptikern an, dass das Ganze immer mehr wurde. Von diesen 37 Wunderberichten enthalten, enthält das Matthäus-Evangelium 23 Wunderberichte. Das Markus-Evangelium, welches prozentual zu 62% nicht aus Wunderberichten, sondern aus Berichten über alltägliche, in Anführungszeichen, Dinge berichtet, ja, enthält 21 Berichte. Lukas enthält 22 Berichte. Was fällt uns schon mal auf? Eine signifikante Steigerung der Wunderberichte in dem Neu-Testamentlichen Evangelien fällt nicht auf. Markus, die früheste Quelle, hat bereits 21 Wunder. Matthäus, die direkt danach folgt, laut der Mehrheitsmeinung, hat nur 23. Ein Anstieg von zwei Wundern ist aber keine rasante Vermehrung von Wunderberichten. Das Lukas-Evangelium, welches oftmals in ihrer Entstehung nach Matthäus angesetzt wird, hat 22 Wunderberichte, enthält 22 Wunderberichte. Einen Wunderbericht, also weniger als das Matthäus-Evangelium. Und jetzt kommt der Clou, das angeblich so wundersame Johannes-Evangelium hält, enthält von diesen 37 Wunderberichten, die in den Synoptikern berichtet werden, sage und schreibe acht Wunderberichte. Das Johannes-Evangelium enthält acht Berichte über Jesu Wundertätigkeit. Was zeigt uns dieser statistische Befund, was zeigt uns diese statistische Analyse zu den Wunderberichten im Neuen Testament? Moment, dass jeder Einzelne, der sich als Experte aufspielt und dann sagt, ja Jesus wurden ja immer mehr Wunder angedichtet im Laufe der Zeit, dass der ein Dampf Plauderer ist, weil das Schwachsinn ist. Das ist Müll. Wenn Matthäus 23 Wunderberichte enthält, Markus 21, dann ist das kein signifikanter Anstieg, dann reden wir von zwei Wunderberichten mehr im Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium sieht es dann aber wieder ganz anders aus, denn da haben wir 22 Wunderberichte. Ein Bericht mehr als im Markus-Evangelium. Ja, das ist aber auch kein signifikanter Anstieg. Ein Bericht aber dann wieder weniger als die frühere Quelle des Matthäus-Evangeliums. Und die späteste Quelle und das ist richtig lustig. Die späteste Quelle, das Johannes-Evangelium enthält acht Wunderberichte. Acht der 37 im Neuen Testament. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass eben das Johannes-Evangelium nicht noch mehr und mehr und mehr hinzugedichtet hat. Und dass diese ganze Theorie, Jesu Wunderberichte wurden im Laufe der Zeit legendarisch vermehrt einfach blödsinniger Schwachsinn ist. Es tut mir leid. Wir haben frühe Quellen, die zuverlässig über Jesu Leben berichten. Und die machen ganz und gar nicht den Eindruck, dass da irgendwie etwas getürkt ist oder dass da irgendwie immer mehr dazu erfunden wird. Die Erscheinungen Jesu nach seinem Tod werden bereits im Markus-Evangelium quasi vom Engel angekündigt. Diese Erscheinungen haben wir aber nicht nur dann in den späteren Evangelien auch ausgeführt, sondern all diese in den Evangelien ausgeführten und narrativ entfalteten Erscheinungen haben wir schon in 1. Korinther 15 3 bis 8 enthalten. Genauso wie den Auferstehungsglauben und das dadurch implizierte von Frauen im Evangelienbericht entdeckte leere Grab, während die anderen sich verstecken. Und die Frauen reagieren mit Furcht und es wird ihnen keine spätere apologetische Legende, keine Ausgestaltung wie zum Beispiel im Petrus-Evangelium, keine wundersame Ausgestaltung der Grabesgeschichte, sondern eine nüchterne Darstellung, sachliche Darstellung der Fakten, die im frühen Christentum von Anfang an in alten Traditionen bekannt ist. Und das angeblich beste Argument, dass das Johannes-Evangelium dann angefangen hat, Jesu Leben noch mehr auszuschmücken und das im Laufe der Zeit immer mehr Wunder dazugekommen sind, löst sich hier in Rauch auf. Das Johannes-Evangelium enthält die wenigsten, prozentual und statistisch gesehen die wenigsten Berichte der 37 Wunder von Jesus. Dieser Befund passt noch dazu, dass das Johannes-Evangelium eben noch Neues bringen wollte, aber nichts dazu erfinden wollte. Und da setzen jetzt manche an und sagen, naja, aber der Johannes hat ja etwas Neues dazu gedichtet. Die Auferweckung des Lazarus finden wir zum Beispiel nur im Johannes-Evangelium, in den anderen Evangelien nicht. Hätte Jesus aber so etwas Besonderes wie Totenerweckungen gemacht, warum finden wir das dann nicht an in den anderen Evangelien? Das ist aber ein schwerwiegender methodischer Fehler, wenn wir bereits sehen, dass im Markus-Evangelium auf eine frühe, noch von Aramaismen durchtränkte Tradition zurückgegriffen wird, also im frühesten Evangelium auf eine alte Tradition zurückgegriffen wird, nach der Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat. Das bedeutet, in den ältesten Berichten über Jesu Leben finden wir bereits Totenerweckungen und deshalb überrascht es auch nicht, dass die Totenerweckung des Lazarus in diesem Fall fehlt. Johannes hat etwas Neues hinzugebracht, eine neue Begebenheit, aber nichts signifikant Neues. Es ist nämlich nicht so, dass Totenerweckungen später hinzugekommen wären oder dass Wunder später hinzugekommen wären, sondern von Anfang an wird von solchen auch von solch signifikanten Wundern wie Totenerweckungen in den frühesten Quellen über Jesus berichtet. Das bedeutet, das ganze Argument, Jesu Leben wurde später wunderbar ausgestaltet, wurde immer mehr legendarisch angereichert in den Schriften des Neuen Testaments, ist Schwachsinn. Erweitert man es auf die Apokryphen, mag dies zutreffen, denn die Apokryphen sind halt eben Schriften, die das Ganze ausschmücken und fern von jeder Realität sind. Für die Berichte, für die frühesten Augenzeugen Berichte des Neuen Testaments, die noch innerhalb der Zeit der Augenzeugen entstanden, trifft dieses Argument allerdings nachweislich sowohl historisch als auch archäologisch, als auch quellenkritisch, als auch literarkritisch, als auch statistisch gesehen nachweislich nicht zu. Wir haben keine spätere Ausschmückung von Jesu Leben, keine aufgebauschten Berichte, wir haben authentische übereinstimmende Berichte über das, was Jesus getan, gesagt und wie er gewirkt, gelehrt, gelebt hat, wie er auferstanden ist, wie er den Himmel gefahren ist und somit macht es mehr Sinn, sich dem Evangelium zu widmen.